Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Gansel Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die berühmte Sina Sprehn. Hallo Sina. Hallo Martin. Und heute reden wir darüber, wie Akten, die unter Verschluss gehalten werden sollten, deutlich zeigen, dass sich Politik und Behörden im Dieselskandal nicht nur vor Volkswagen gestellt haben, sondern eher direkt daneben, Hand in Hand. Was das bedeutet, wie es dazu kam und alles drumherum, erklärt uns unser heutiger Gast. Ihr wisst ja, dass der Abgasskandal eines unserer Fokusthemen hier bei Gansel Rechtsanwälte ist und wir deshalb das ganze Haus mit ExpertInnen dazu voll haben. Aber heute möchten wir euch und uns mal eine Sicht von außerhalb unserer Kanzlei vorstellen und wir freuen uns deshalb sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Thorsten Schutte. Hallo. Hi Thorsten. Thorsten, du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Ja, das ist richtig. Und bist aber auch im Abgasskandal tätig. Wie lange bist du denn schon dabei, so insgesamt? Ja, seit der ersten Stunde. Also als Rechtsanwalt seit 2010. Und der Volkswagen-Konzern hat mich im Prinzip seit dem September 2015 beschäftigt und jetzt eben auch noch einige andere Hersteller. Und bist du alleine unterwegs oder hast du Unterstützung in der Kanzlei oder so? Also ich bin grundsätzlich jetzt erstmal Einzelkämpfer, habe zwei Mitarbeiter, die insbesondere Post machen, auch ein bisschen Marketing im Internet. Aber ansonsten mache ich alles allein. Ich würde auch gerne etwas später noch kurz über deine Erfahrungen als Einzelkämpfer im Dieselskandal sprechen. Aber lass uns erstmal kurz direkt ins Thema einsteigen. Nämlich am 23. April 2021 hielt die Deutsche Umwelthilfe, kurz die DUH, eine Pressekonferenz ab. Und darin hieß es, man hätte endlich nach fünfjährigem Kampf vor dem Gericht erstritten oder vor den Gerichten erstritten, dass Akten zum Dieselskandal vom Bundesverkehrsministerium, vom Kraftfahrtbundesamt und von der Volkswagen AG offengelegt werden müssen. Und diese Akten wollten die Beteiligten unter allen Umständen unter Verschluss halten. Und hier direkt meine erste Frage, weil ich das schon irgendwie verwirrend finde. Wie kann es denn sein, dass ein Bundesministerium und eine Bundesbehörde Akten unter Verschluss halten können, die hier ja maßgeblich zur Aufklärung des größten Wirtschaftsskandals der Neuzeit hier in Deutschland beigetragen hätten? Also zumal in der Presse, Entschuldigung, dass ich dich direkt unterbreche, zumal in der Pressemeldung der DUH hieß es auch, dass diese Akten eigentlich per Gesetz nach einem Monat hätten freigegeben werden müssen. Ja, also wie jetzt genau dieses verwaltungsrechtliche Verfahren da abgelaufen ist, dazu habe ich jetzt auch keine weiteren Kenntnisse. Das ist durchaus richtig, dass eben solche Akten eben herausgegeben müssen bei einem entsprechenden rechtlichen Ansatz oder dass man eben einfach eine entsprechende Berechtigung hat, weil man ein rechtliches Interesse hat. Ein solches rechtliches Interesse wird die Deutsche Umwelthilfe haben und gehabt haben. Wie es zu dieser Verzögerung kam, liegt, denke ich, auch in dem Gerichtsverfahren, was sich dann angeschlossen hat, begründet. Und da jetzt einzelne Informationen rauszuziehen, kann ich leider nicht, weil ich die Akte nicht kenne, außer die Akte, die jetzt veröffentlicht ist. Was man davon halten kann, dass das so lange verzögert ist, ist mir auch nicht erklärlich, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt auch bei solchen Dingen nur sagen, dass diese Pflichten bestehen. Sie werden herausgegeben. Der Inhalt dieser Akte ist aus meiner Sicht relativ eindeutig, dass eben hier seitens der, jetzt Politik nicht so eindeutig, aber seitens der Behörden, die hier verantwortlich sind für die Überwachung dieses Konzerns, dass die sich hier im Prinzip, ja, wie soll man sagen, hinter der eigenen Verantwortlichkeit versteckt haben auch. Ja, also es ist eben irgendwie, es ist alles, wenn man das so liest, dazu kommen wir ja dann gleich noch, dann liest sich in erster Linie, werden Informationen abgefragt oder sind, das sind auch gar nicht richtig Informationen, das sind alles so, es wird sich zwischenzeitlich, werden sich schöne Wochenenden gewünscht und was weiß ich, das ist alles nicht, also wenn ich, wenn wir alle falsch parken, dann kriegen, werden wir auch nicht irgendwie gefragt, ob man noch einen schönen Tag hatte. Ja, das wäre direkt die nächste Frage gewesen, um was für Akten handelt es sich dann dabei, also sind das irgendwie geheime Briefe vom KWA-Chef an den VW-Vorstand oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, eigentlich nicht, also für mich, auf mich macht es den Eindruck, als sei das ein völlig, erstmal ein völlig normales, in Anführungszeichen, behördliches Verfahren, wo eben ein Sachverhalt zu Verdacht steht, der aufgeklärt werden muss. Und dieser Sachverhalt ist eben hier, zunächst einmal, wie kommt es zu diesen sogenannten Unregelmäßigkeiten, ja, was hat die amerikanische Behörde, hat hier irgendwas recherchiert und ist das jetzt hier auch zutreffend im europäischen Raum und dann wird eben Volkswagen angeschrieben und dann wird dort reagiert. Und diese Reaktion wird dann wieder verarbeitet, sodass es dann zu mehreren Treffen kommt und Austausch und dann wird sich verabredet, wo und wie. Und dann am Ende steht dann eben ein Ergebnis, was aber offensichtlich das Kraftfahrtbundesamt auch nicht zufriedengestellt hat, weil sie ja danach auch selbstständig einen entsprechenden Verwaltungsakte erlassen hat, also einen Bescheid, in dem dann eben diese unzulässigen Abschalteinrichtungen entfernt werden müssen. Diese sogenannten Nebenbestimmungen sind das dann zu Typengenehmigungen, aber auch darauf hoffentlich kommen wir noch zu sprechen. Ja, und im Endeffekt ist das jetzt erstmal ein normales, behördliches Vorgehen, so vom äußeren Schein, weil eben ein Produkthersteller hier einen angeblichen Produktfehler eingebaut hat, weswegen ein Rückruf anzuordnen ist im Nachgang. Hier ist es nur umgekehrt, das ist eben die Besonderheit in diesem Verfahren, dass eben sowas geschieht ja jeden Tag, ein Rückruf geschieht jeden Tag seitens von irgendwelchen Herstellern, hier sind es die Automobilhersteller, die eben irgendwas dem Kraftfahrtbundesamt melden, um dann auch die Halter herauszufinden, damit die angeschrieben werden können. Aber hier in diesen Fällen ist es ja genau andersrum. Also der Hersteller wiegelt ab, will gar nicht da in diesem Bereich irgendwas veröffentlichen. Und das ist jetzt hier die Besonderheit in diesem Verfahren und natürlich der E-Mail-Verkehr untereinander, der dann auch ordentlich geschwärzt ist, natürlich immer noch. Aber es ist trotzdem so, da sieht man schon einiges, inwieweit hier auch einfach verzögert wurde, wo es überhaupt nicht hätte sein müssen, aus meiner Sicht jedenfalls. Torsten, du hast den Inhalt der Akten gesehen, wenn du darauf zurückblickst, was ist denn für dich das Erschreckendste oder Brisanteste deiner Meinung nach, was da drin steht? Kannst du da irgendwie was ausfischen? Ja, also das sind schon so ein, zwei Punkte, die wirklich, also dadurch, dass ich auch im Prinzip seit, ich glaube im Januar 16 habe ich die erste Klage auf den Weg gebracht. Damals war ich noch in einer Kanzlei mit anderen Rechtsanwälten und das war so ein bisschen unter meiner Federführung damals dieses Projekt, weil ich eben aus dem Verkehrsrecht auch komme und da eben auch eine relativ resolute Ansicht hatte. Ich habe Vertreter von vornherein, ich muss das ein bisschen einleiten, von vornherein die Auffassung und bis heute übrigens, dass diese, dass jeder Kläger seinen kompletten Kaufpreis in Anführungszeichen erstattet bekommen soll. Warum sage ich Kaufpreis in Anführungszeichen? Damals haben wir hauptsächlich gegen die Händer geklagt, heute klagen wir gegen den Nichtverkäufer, gegen den Hersteller. Und dann kann man natürlich seinen Kaufpreis nicht einklagen, weil man dem hat man den Hersteller ja nicht bezahlt. Und wenn man das eben macht, dann muss man das irgendwie begründen und ich habe das damit begründet unter anderem, dass eben dieses Fahrzeug zum Beispiel überhaupt kein Update gekriegt hat. Und das wurde auch relativ, also das war dann 2017, habe ich vom Landgericht Pferden verhandelt, das ist in Niedersachsen, also nicht in einer unmittelbaren Nähe, aber so zwischen Hannover und Bremen irgendwo. Pferden kennt man, ja. Okay, da ist ja sonst nicht viel, aber die haben tatsächlich ein Gutachten eingeholt, im Übrigen habe ich da neulich nochmal nachgeguckt, für 3000 Euro, ein Sachverständigengutachten eingeholt, um eben das Fahrzeug zu überprüfen. Und das hat er auch gemacht, der hat drei Fahrten, der hat insgesamt drei Termine gehabt, hat das alles überprüft, kommen wir vielleicht auch noch zu, weil das auch ein witziges Thema ist jetzt im Nachgang. Aber da ist es eben so, und wenn man dann daneben steht und wir waren in der Werkstatt, da haben die das sogar umgerüstet, das Fahrzeug, also das Update, sogenannte Update draufgespielt. Dieses Software, reden wir vom Software-Update? Wir reden vom Software-Update. Was diese unzulässige Abschaltanrichtung rückgängig machen soll, also das, was das anrichtet. Diesen Satz greife ich jetzt mal auf, weil das ist im Prinzip das, was durch diese Akte bestätigt ist, denn es handelt sich nicht um ein Update. Und das ist sehr juristisch, ist das wieder aus meiner Sicht von hoher Brisanz, weil es eben darum geht, wenn man ein Produkt entwickelt und herstellt, in den Rechtsverkehr gibt, so wie das eben immer passiert, also irgendwann soll es gekauft werden und verbraucht werden, bis dahin müssen einige Regeln eingehalten werden, um dieses Produkt marktfähig zu gestalten. Wenn ich aber eine Software installiere, die da gar nicht hingehört, also die entfernt werden muss, und zwar komplett, dann ist das so, als hätte ich dieses Fahrzeug nicht fertiggestellt. Also wenn man das jetzt objektiv betrachtet, wenn ich aber eine Software nehme, die drauf ist und drauf bleibt auf dem Produkt und eigentlich nur verändert werden muss, ein paar Programmstellen sozusagen, ein paar Nullen und ein paar Einsen weg, dann ist das juristisch anders betrachtet, weil die Software war ja schon da. Und das hängt insbesondere auch zum Beispiel bei Verjährungsfragen kann das eine Rolle spielen und so weiter. Da gibt es also auch Rechtsprechung zu im Verkehrsrecht, dass wenn also solche, wenn sozusagen ein Mangel noch gar nicht, der Mangel, die Mangel, die Verjährung kann gar nicht laufen auf Fehler, die praktisch nicht zur Sache gehören. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verschleißteil habe beim Fahrzeug, nehmen wir mal den Auspuff und dieses Fahrzeug hatte keinen Auspuff. Und das war jetzt aber so getarnt, dass das niemand gesehen hat. Dann kann ich ja nicht eine Verjährung, eine Gewährleistung auf eben das Auspuffteil im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses laufen lassen, sondern ich kann sie natürlich erst dann laufen lassen, wenn der Verkäufer irgendwann sagt, oh, da fehlt übrigens ein Auspuff, jetzt bauen wir den mal dran. Ab da läuft auch die Gewährleistung natürlich für diesen Auspuff. Und genauso ist es hier. Und das hat mich, also weil, das ist ja so, ich verhandle wöchentlich im Abgasskandal im Prinzip, jetzt in diesem Jahr nicht mehr so oft, aber bis 2020 auf jeden Fall wöchentlich und mehrfach und in allen möglichen Gerichten. Und das wurde, und da sind wir jetzt wieder bei der Akte, die jetzt veröffentlicht ist, diese Rhetorik, die der Hersteller, die die Hersteller, möchte ich schon sagen, weil das findet man auch bei Mercedes, die gleichen, es ist im Prinzip alles voneinander abgeschrieben, hat man den Eindruck. Diese Rhetorik, die hier verwendet wird, die führt dazu, dass diese gesamten juristischen Feinheiten vermischt werden. Und diese Akte ist ein Beleg dafür, dass diese juristischen Feinheiten jetzt wieder aufleben können. Denn wir haben der eine, zum Beispiel relativ kurz ist das auch nach wenigen Seiten, steht schon von Volkswagen, das war im, nach der Ad-Hoc-Mitteilung sogar, also im Oktober 2015, 6. Oktober oder so, ein bisschen vorher, da schreibt also Volkswagen oder der entsprechende Vertreter, schreibt, dass schon jetzt feststünde, dass man die Software auswechseln muss und bei einigen Modellen sogar, also komplett auswechseln muss und bei einigen Modellen sogar Hardware nachrüsten müsse. Das haben die damals nach der Ad-Hoc-Mitteilung dem Kraftfahrt-Bundesamt bereits mitgeteilt. Aber seitdem die Ad-Hoc-Mitteilung draußen ist, heißt es, es ist ein Update. Und man kann natürlich immer darüber, also man kann sich natürlich darüber streiten, ja ist das jetzt eine Spitzfindigkeit oder ist das irgendwie, aber diese gezielten, diese Begriffe stammen ja nicht von uns, von den Klägervertretern oder von den Klägern. Wir wüssten, wir wüssten es ja gar nicht. Wie hätten wir so einen Begriff irgendwie generieren können? Und deswegen ist das eben jetzt so, dass ich mich da, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich darin bestätigt fühle und eben sage, okay, jetzt läuft die Verjährung zum Beispiel erst, wenn umgerüstet worden ist, weil dann ist das Fahrzeugteil da, was das Fahrzeug braucht, um ein Fahrzeug zu sein. Ja. Also, wobei das ja auch nicht stimmt, weil die ist ja auch ... Also, dieser Punkt, den du angesprochen hast, der sagt zumindest schon mal, dass hier juristisch wieder ein bisschen was aufgeholt werden kann, was vorher so verstrudelt wurde, möchte ich es mal nennen, so hat man den Eindruck. Was heißt verstrudelt? Man wusste ja nicht Bescheid. Nee, ich meine vom KBA, weil die wussten ja Bescheid. Genau, und die haben das dann eher so ein bisschen ... Und ein zweiter Punkt ist auch noch wichtig, wenn ich das noch kurz sagen darf. Also, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt. Die Ad-Hoc-Mitteilung, die viele Klagen bis vor Kurzem kaputt gemacht hat, wenn man so will, weil die Kläger, die 2016 gekauft haben, ja vom BGH im Prinzip kassiert worden sind. Ja, also Kauf nach Kenntnis, wie es so schön heißt, ja, was natürlich ... Also, ein Wahnsinn ist, wenn man das sich wirklich vergegenwärtigt. Eine Ad-Hoc-Mitteilung, die schon mal einen ganz anderen Empfängerkreis hat, nämlich nicht die Öffentlichkeit, sondern die Aktionäre. Dass also jetzt jeder Käufer seitdem wissen muss, er ist sozusagen, er hat ein betroffenes Fahrzeug. In keinem Fahrzeugpapier steht diese Motorbezeichnung. Alle möglichen Äußerungen, die in dieser Ad-Hoc-Mitteilung inhaltlich standen, sind ja praktisch widerlegt. Also, es ist alles, es ist die, also überwiegende Aussagekraft dieses Dokuments ist gleich null, inhaltlich und rechtlich eigentlich. Und die Ad-Hoc-Mitteilung, und das ist das Witzige, steht auch in dieser Akte, die soll, und Pressemitteilung im Übrigen auch, also es ist die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die von den Herstellern oder von Volkswagen selbst initiiert worden ist, die sollte den einzigen Zweck haben, dass noch die informiert werden, die nicht durch das Kraftfahrtbundesamt informiert werden konnten. Das heißt also, einerseits wäre zu fragen, wie kann man das überhaupt verstehen als Empfänger einer solchen Nachricht, einer solchen Ad-Hoc-Mitteilung oder Pressemitteilung? Was kann man da überhaupt verstehen als Laie? Und dann muss man danach fragen, was wollte eigentlich der, der diese Erklärung rausgehauen hat, was wollte der eigentlich damit bezwecken? Und da muss ich sagen, die Leute, die angeschrieben wurden, die sollten jedenfalls damit nicht erwischt werden. Das steht jetzt auch klar, steht drin in der Akte. Das ist der Wille des Konzerns gewesen, eben nur die zu erwischen, die das Kraftfahrtbundesamt nicht raussuchen kann, so nach dem Motto. Naja, die Deutsche Umwelthilfe hat geschrieben, dass das Verkehrsministerium das Statement zu dem ganzen Schlamassel vorher Volkswagen zur Abnahme gegeben hat, dass Volkswagen da nochmal drüber schaut und dass daraufhin der Begriff unzulässige Abschalteinrichtung geändert wurde zu beanstandete Abschalteinrichtung. Ich glaube, darauf basiert diese Aussage von der Umwelthilfe. Ja, da sind also einige Formulierungen dabei, die am Ende eben abgeschwächt sind, beziehungsweise eben genau diese Rhetorik des Konzerns übernommen ist im behördlichen Bescheid. Also, ja, also was will man dazu sagen? Ja, aber was kann denn so ein Wort jetzt so ändern in einem Rechtsstreit? Also hat das wirklich so viel Macht, dass wenn jetzt das unzulässig, wir wissen jetzt nicht genau, ob es beanstandet ist, aber es ist irgendwie ein Wort mit B. Kann das über den Rechtsstreit entscheiden letzten Endes? Ja, weil es natürlich dem Konzern, dem Hersteller auch darauf ankommt, diese Fälle zu bagatellisieren. Also es hat sich ja, es hat sich das Wort Update durchgesetzt, habe ich ja schon beschrieben. Es hat sich das Wort Unregelmäßigkeit durchgesetzt. Es hat sich das Wort, es gibt ja noch, es gibt noch einige Begriffe, die sich auch durchgesetzt haben, die ausschließlich aus der Industrie kommen. Also ausschließlich, da gibt es keinen, es gibt überhaupt keinen behördlichen Begriff, der sowas benutzt, also keine behördliche Formulierung. Das ist alles untypisch, ja, weil ja eine Unregelmäßigkeit kann ja alles sein. Es ist keine technische Beschreibung von gar nichts. Achso, ja doch, Moment, die Umschaltlogik natürlich, die ist auch übernommen. Die ist auch übernommen. Von den Gerichten wird sie übernommen. Im Bescheid steht sie, die Umschaltlogik zu entfernen. Was eigentlich Abschalteinrichtungen ist. Es ist eigentlich eine Abschalteinrichtung, es ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. All das sollte knallhart, also was heißt knallhart, das ist ja nun mal die Wahrheit, die sollte da drinstehen. Ich könnte, da gibt es noch so einige Formulierungen und ich ehrlich gesagt bin da auch gleich emotionalisiert, weil gegen diese Formulierungen, diese Begrifflichkeiten, die übernehmen ja auch die Gerichte. Und das ist halt das, das ist das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte, dass im Prinzip ein unvoreingenommenes Gericht sich von dieser Rhetorik, ich sag mal, einlullen lässt und damit dann wieder auch zu einer persönlichen Wertung kommen kann. Ja, absolut und man hört ja auch mal in den Berichterstattungen, diese Modelle sind vom Abgasskandal betroffen. So, ich meine, das ist ja nicht eine Betroffenheit, also es wurde ja herbeigeführt. Also es ist ja nicht plötzlich irgendwie, oh jetzt bin ich betroffen. Das wurde ja geplant und durchgeführt. Also immer von Betroffenheit zu sprechen, ich meine, das ist ja eure Schuld, dass die… Ja, ich weiß gar nicht, ob eine Sache überhaupt betroffen sein kann. Abgesehen davon. Aber ja klar, also das ist eben, führt dazu, dass eben wir, also diese Verschiebung, das ist ja ein Gefühl auch, was man eben nun mal bekommt, was ich bekommen habe jetzt in all den Jahren. Es wird immer der Kläger geladen, es wird nie der Vorstand geladen. Es gibt, glaube ich, insgesamt von den Tausenden von Verfahren, fünf Verfahren, wo da irgendjemand Verantwortliches von der Gegenseite mal geladen worden ist. Und es wird immer gefragt, warum haben sie das Auto gekauft? Es wird nie gefragt, warum haben sie das Auto gebaut? Und das ist halt eigentlich, das ist ja der Grund, warum wir da sitzen. Ja, natürlich. Und stattdessen heißt es dann aber im Endeffekt, ja, sie konnten das Auto doch fahren. Und das ist, es wird ja durch diese Rhetorik, ist auch wieder nur eine Vermutung, aber kann ja auch richtig sein, durch diese Rhetorik ist erreicht worden, dass sich die gesamte Prozesslast auf die Kläger verschiebt. Also alles muss bewiesen werden von uns. Es muss im Prinzip nur eine technische Feinheit, nicht mal eine technische Feinheit, die Gegenseite muss nichts erklären, nichts. Es ist auch so, wenn man die Schriftsätze liest, das wird auch in dieser Kanzlei so sein, Volkswagen und wie sie alle heißen, geben überhaupt keine eigenen Erklärungen ab. Also wenig. Aber wenn, wenn sie wirklich, wenn man wirklich wo reinsticht, wo man eine Erklärung erwarten kann, eine technische oder eine rechtliche, dann wird gesagt, das Kraftfahrtbundesamt hat nichts beanstandet. Ja, und jetzt kennt man ja erst die kompletten Akten. Also man hätte ja gar nichts wissen können, nichts über den tatsächlichen technischen Umstand. Genau. Zum KBA, ich weiß gar nicht, ob wir es heute schon mal ausgesprochen haben, Kraftfahrtbundesamt. Da ist mir auch noch eine Sache aufgefallen jetzt bei den News dazu. Und zwar enthalten die Akten wohl auch Informationen zu dem mittlerweile recht bekannten Motorentypen EA 288. Das ist also der neueren Dieselautos von Volkswagen und den Tochtermarken Audi und so weiter. Und der Axel Friedrich, der wissenschaftliche Leiter des Emissionskontrollinstituts, meine Güte, der Deutschen Umwelthilfe, hat dazu nämlich Folgendes gesagt. Die Akten verdeutlichen, wie die durch VW finanzierten rechtlichen und technischen Darlegungen des Sachverhalts vom Kraftfahrtbundesamt hingenommen wurden, ohne selbst eine Prüfung des Motorentyps EA 288 überhaupt in Erwägung zu ziehen. Stattdessen blinde Gefolgschaft und so weiter. Bedeutet das, wonach es sich anhört, also dass das KBA die Motoren gar nicht selbst geprüft hat, sondern einfach von VW die Aussagen übernommen und für gut befunden hat? Ja, also das wird auch nicht nur VW betreffen im Übrigen, sondern auch die anderen Hersteller. Und es gibt ein Protokoll zum Untersuchungsausschuss zu dem Abgasskandal und wo auch der Axel Friedrich aussagt, aber eben auch die, ich glaube, technischen Leiter oder irgendjemand vom Kraftfahrtbundesamt, der eben da beteiligt ist und das liest sich, also es ist erschreckend, was man da lesen muss, was die aussagen, weil die sagen halt gar nichts, die wollen keine Verantwortung übernehmen seitens des Kraftfahrtbundesamts und dort wird auch eingeräumt, dass dann im Prinzip die Genehmigungsverfahren, man hat sich da auf die Angaben des Herstellers verlassen und weil man eben auch das damit begründet, dass eben diese Masse an Fahrzeugen kann man gar nicht überprüfen, also nimmt man einige wenige Fahrzeuge aus der Serie, nimmt die als Prototypen sozusagen für die Genehmigung und dann sagt man, okay, der Rest befindet sich dann in diesen Toleranzen, das wird unterstellt und das war es dann. Und dann wird man, aber man übernimmt eben die Werte, die einem vorgegeben werden und der Hersteller hat ja technische Dienste, also TÜV, DEKRA, ich glaube die, also die Großen und die nehmen auch diese Prüfungen dort ab. Also es ist also so, das ist ein derartig eingespieltes System. Für mich ist es eben so, Kraftfahrtbundesamt sollte, hat ja auch der Kollege Klinger hier nochmal, dann auch nochmal dargestellt. Das ist der, der ist auch von der Deutschen Umwelthilfe, der Rechtsanwalt, oder? Genau, das ist die Kanzlei, die eben die Deutsche Umwelthilfe vertritt in vielen Verfahren und der hat das auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt eben hofft, dass das Kraftfahrtbundesamt durch eine neue Führung auch einen neuen Wind bekommt, eben bei solchen Sachen jetzt anders zu agieren. Weil es ist augenscheinlich, dass hier, ich will nicht sagen weggesehen wurde, sondern es wurde einfach nicht übergeprüft. Das entbehrt ja schon dem Kontrollcharakter. Ja, es wird nicht kontrolliert, das kann man, also aus meiner Sicht ist das eine, also für eine Behörde, für eine hohe Behörde auch, ist das kein Anspruch. Ja, vor allem, es stand ja überall in der Öffentlichkeit Abgasskandal, ist eine Nummer, erster Abgasskandal, dann Abgasskandal 2.0, da wussten die auch Bescheid, dass da irgendwas sein könnte, aufgrund dieser ganzen Berichterstattung oder nicht. Also es war ja in der Öffentlichkeit draußen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Gerade dann muss man doch nachprüfen. So viel ich weiß, ich habe nicht ganz so viele Fälle im EA 288, aber da ist es jetzt eben auch klar, dass das eben zwei Strategien sind, die da genutzt werden bei diesem Fall. Ich weiß nicht, bei welcher, ob das jetzt die ganze Zeit so ist oder nur bei der ersten Generation von diesem EA, spielt auch keine Rolle. Ich möchte nochmal diese Ad-Hoc-Mitteilung und die Pressemitteilung, weswegen der BGH gesagt hat, die Leute sind informiert. Und es gibt einfach keine Handlungsalternative für den potenziellen Kläger nach 2015. Er hätte kein Fahrzeug, kein Dieselfahrzeug von Volkswagen kaufen können, das nicht manipuliert ist, höchstwahrscheinlich. Es ist also so, dass wenn man denen sagt, pass mal auf, wo ist es das doch, kauf doch was anderes, ein anderes Auto. Solange es ein Diesel ist, hat er ein Problem, ohne es zu wissen. Und das ist natürlich jetzt bezogen auf die Intention, die angebliche Intention dieser Ad-Hoc-Mitteilung und der Pressemitteilung von damals, natürlich ein schlechter Scherz. Vom Regen in die Traufe, sage ich mal. Worauf ich auch noch hinaus wollte, du hast ja gesagt, dass VW beziehungsweise deren Anwälte vor Gericht eben sagen, dass das KBA hier nichts beanstandet hat. Wenn das KBA aber, wie wir eben festgestellt haben, gar nicht so richtig kontrolliert hat, dann läuft doch dieses Argument komplett ins Leere, oder? Also sagen wir so, was dort argumentiert wird, würde mich, als wenn ich Richter wäre, würde es mich nicht überzeugen. Es gibt ja auch einige Gerichte, die das nicht überzeugen. Gott sei Dank, muss man sagen. Das ist leider die Minderheit. Man muss ja nicht denken, dass jetzt die Behörden, also die Gerichte, die zusprechen, dass die das tun, weil sie davon überzeugt sind, sondern sie geben sich dem Druck des BGH. Man müsste eigentlich zu den Gerichten, die die ersten waren. Oder in Stuttgart eben so ein Richter Reuschle, der hier den Fels in der Brandung darstellt, im eigenen Gericht, wenn man so will, und die Brandung gegen sich. Und das ist eben, da gehört auch viel Rückgrat dazu. Und aus meiner Sicht ist das aber, zeigt das aber, und ich bin da auch, also ich hätte ja bis heute, klage ich immer dasselbe ein und verfechte das vehement. Und habe bei Instagram und so weiter eben meine Berichte nach diesem Termin. Und gestern habe ich halt einen Befangenheitsantrag stellen müssen gegen den Senat vom Brandenburger Oli. Was heißt das? Ich habe die für Befangen abgelehnt zwischendurch, weil ich nicht sehe, dass wir hier rechtlich Gehör finden. Also, dass die Verfahrensgrundsätze im Prinzip eingehalten sind. Und mich hat auch noch kein Gericht überzeugt bislang. Nicht mal die Zusprechenden. Weil das, was man liest, ist eben nicht das, was man, was es hier eigentlich aus meiner Sicht gilt, zu untersuchen. Es geht nicht darum, ob der Kläger heute, also dass der das Fahrzeug benutzt hat. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, hätte er das Fahrzeug gekauft und was ist das Fahrzeug damals wert gewesen zum Beispiel. Wenn man diese Frage, also hätte er gekauft? Nein. Was wäre dann das Fahrzeug wert gewesen? Was glaubst du jetzt für deine Mandantschaft? Wie wird sich das jetzt auf die Klageverfahren irgendwie auswirken, dass ihr jetzt die Akten vorliegen habt? Naja, doch. Also, die einige Auszüge davon, die werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ja gerade das mit der Ad-Hoc-Mitteilung auch heute noch eine Rolle spielt, in laufenden Verfahren natürlich. Dadurch, dass dieses Verfahren so weit verzögert ist, der EA 189 hauptsächlich dort thematisiert ist, mit dem EA 288 im Hintergrund, hat das natürlich nur eine Indizwirkung jetzt für die anderen Motoren und anderen Hersteller, weil es dürfte ähnlich so laufen. Ich weiß es natürlich nicht, aber beim 897er Audi zum Beispiel, bei dem Motor, wir reden ja über den Mutterkonzern und warum sollen die das da anders machen? Also, es ist für mich nicht erklärbar, aber das ist eine Vermutung, ich kann es nicht beweisen. Und das, was man eben aus dieser Akte für heute noch nimmt, ist, dass im Prinzip alles, was aus meiner Sicht bis heute erklärt ist, seitens der Gegenseite, in den noch laufenden Verfahren, ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Es ist einfach so. Es war auch schon vorher nicht so, aber das ist halt alles Rhetorik. Und es ist halt nichts, es wird am Ende für diesen Volkswagen-Konzern, hat es sich ja durchaus gerechnet, dass diese Verfahren eben so lange verzögert werden und wurden. Und das ist das, was mich uns Juristen auch umtreibt und auch ärgerlich macht, das sage ich auch ganz offen. Also, mich ärgert das maßlos, dass man hier nicht in der Lage ist, für eine schnelle Rechtswirklichkeit zu sorgen, sozusagen. So oder so. Entschuldigung, ich wollte nur kurz zusammenfassen. Das bedeutet, dass durch diese ganze Trödelei und Verzögerung sind vielen Betroffenen Gelder durch die Lappen gegangen, weil sie einfach nicht schnell genug A, davon erfahren haben wahrscheinlich und B, auch nicht schnell genug die entsprechenden Beweise in der Hand hatten, um dann den Schadensersatz durchsetzen zu können, oder? Genau, wobei ich noch sagen muss, das ist auch ein wesentlicher Punkt noch, zu dem ich übrigens auch, nachdem ich die Akte gelesen habe, immer mehr tendiere, also das ist auch eine Hilfe da gewesen, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt. Der Konzern haftet ja wegen einer sittenwidrigen Handlung, also Sittenwidrigkeit ist das große Thema. Und um sittenwidrig zu handeln, braucht man ja keinen KWA-Bescheid. Also, ich brauche ja keine offizielle Behörde, die mir sagt, ich handle sittenwidrig, oder es ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Es kommt ja nur auf die Emissionen an. Wenn durch die Abschalteinrichtung die Emissionen immer gleich, also im normalen Straßenverkehr und im Prüfstand und überall einfach eingehalten würden, dann würden die ja die Abschalteinrichtung drin lassen. Stattdessen unterhalten wir uns hier über Thermofenster und was weiß ich. Das sind ja auch so Thermofenster. Gibt es nur im Baurecht? Oder das sind alles so Begriffe, die überhaupt nirgends stehen. In keiner Zulassungsverordnung gibt es einfach nicht. Wird alles übernommen. Von den Gerichten wird das übernommen. Es wird einem ungemein schwer gemacht. Das finde ich halt auch so ein Punkt, der auch eine Rolle spielt, der auch durch diese Akte etwas entwirrt, erzerrt wird, dass also der Kläger hier das Opfer ist, normalerweise. Es sei denn, der weiß es nun wirklich, dass es im Kaufvertrag steht. Also dann, gut, dann muss man halt auch mal sagen, okay. Ich habe auch einen Mandanten, da stand das wohl drin. Da habe ich dann noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Am Ende, ganz am Ende. Weil da stand eben auch drin, HU neu. Also im Kaufvertrag vom Auto stand drin, dieses Fahrzeug ist vom Abgasskandal betroffen. Es war noch nicht umgerüstet. Also es war nicht geupdatet. Und da stand aber auch HU neu drauf. Also es hat quasi wieder die Zulassung bekommen. Hat die Zulassung, aber ein Widerspruch in sich. Dem wird suggeriert, ist vom Abgasskandal betroffen, hat aber hier die Abgassnormen stimmen. Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, Abgasskandal kein Problem. Zulassung gibt es trotzdem. Ja, oder trotz des Abgasskandals gibt es kein Problem mit dem Fahrzeug. Es erfüllt die gesetzlichen Emissionsvorschriften. Was es de facto ja nicht tut. Was es eben nicht tat. Wir haben die Klage natürlich verloren, Berufung verloren, alles verloren. Verfassungsbeschwerde wurde, glaube ich, ist noch nicht entschieden. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt zu Beginn des Abgasskandals geklagt hat, wo die Beweise halt noch nicht so verdichtet waren? Lässt sich jetzt eigentlich nachträglich noch mal irgendwie Schadensersatz einklagen oder rücklaufend irgendwie? Dass ich jetzt noch mal sage, nee, jetzt denke ich, alle Beweise sind da, jetzt möchte ich noch mal klagen, jetzt kriege ich auch meinen Schadensersatz. Ja, also mit dieser Akte, sage ich, ist auf jeden Fall mehr möglich. Man hat eben auch hier noch mal ein Angriffsmittel gegen diese, also gegen diese Rhetorik, die übernommen wird, um die Klagen abzuweisen. Insbesondere bei der Ad-Hoc-Mitteilung kann man ansetzen, die Pressemitteilung. Man kann hier auch klar sagen, dass das, was inhaltlich dort steht, und das ist ja nun mal der zeitliche, die erste zeitliche Schranke, die wir haben, ist diese Ad-Hoc-Mitteilung. Und die ist aus meiner Sicht jetzt, also die hat keine Relevanz. Aber man muss sich natürlich klar sein, und das sage ich allen potenziellen, sich überlegenden Klägern und Klägerinnen, dass man hier, man kämpft ja auch sich an diese Justiz ab. Also die Gerichte sind tendenziell aus meiner Sicht für den Hersteller, weil sie, weil das eben auch alles Menschen sind, die dort urteilen sollen. Und weil, sagen wir mal, einfach aus Wertungsgründen nicht einsehbar sein soll, dass die Leute sich hier eine schnelle Mark machen. Weil eins ist klar, wer erfolgreich sein Fahrzeug auch mit Anrechnung der gefahrenen Kilometer zurückgeben kann, steht immer besser da, als wenn er es verkaufen würde. Also als würde er es im Markt einfach anbieten. Er steht ja immer besser da. Und das wissen die Gerichte, das weiß jeder eigentlich. Aber mein Ansatz ist ja nicht der, dass ich das werte. Also ich werte halt nicht, ich denke, da geht es auch allen Klägerkanzleien so, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man dieses Unrecht wieder ungeschehen macht. Und das ist eben nun mal die Konsequenz aus meiner Sicht. Wenn man, ja, bitte. Ja, also wie, also das war tatsächlich das Original, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn man sich die Faktenlage im Abgasskandal mal wirklich zu Gemüte führt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, das ist eine klare Sache. Hier wurde ganz klar manipuliert und vorsätzlich betrogen. Wie frustrierend ist es denn speziell, wenn man sich wirklich vor den Gerichten in der Republik tummelt und mit etlichen Richtern da verhandelt? Wie frustrierend ist es denn, dass man trotzdem nicht für jeden seiner Mandanten oder Mandantinnen den Schadensersatz rausholen kann? Ja, also das ist natürlich, jetzt muss man auch wieder, also das darf jetzt auch nicht zu sehr danach klingen, dass die Gerichte alle Mist sind und irgendwie, das stimmt natürlich auch nicht. Und das ist auch so, dass als Anwalt ist man auch eigentlich gewohnt, dass man nun mal, wir sind Interessensvertreter und nur weil wir die Interessen aus unserer Sicht richtig vertreten, heißt das nicht, dass ein Gericht diese Interessen auch teilen muss. Wir haben auch immer noch eine Gegenseite, auch wenn aus meiner Sicht nur Blödsinn drinsteht, was die ja schälen oder schreiben. Aber es ist trotzdem berechtigt, sich auch gegen diese Vorwürfe zu wehren. Und das muss man einfach alles relativieren an dieser Stelle. Auch wenn ich natürlich jetzt eher unzufrieden bin, wenn ich eben eine Klageabweisung bekomme, bin ich das nicht so sehr, dass ich sie, also das Ergebnis ist nicht so wichtig wie der Weg dahin. Und zwar zu beiden Seiten. Ich bin übrigens auch nicht zufrieden, wenn ich nur einen Teilanspruch bekomme, weil das einfach für mich auch nicht richtig ist. Aber es zeigt eben schon in diesem Abgasskandal, finde ich, zeigt es eben einfach, dass es hier auch immer noch um eine menschliche Wertung geht, die aber rechtlich nicht zu begründen ist eigentlich. Und die Übernahme von dieser Rhetorik, also von dieser bloßen Rhetorik, da ist ja nichts Rechtliches dahinter. Es ist einfach nur, es sind Wörter. Umschaltlogik, was weiß ich, Unregelmäßigkeiten. Damit kann man aus meiner Sicht keine Klage gewinnen. Ganz einfach. Oder eben abwehren. Was glaube ich, sorry, darf ich? Bitte, Sina. Du als Anwalt, wenn du jetzt irgendwie mal so einen Blick in die Zauberkugel wirbst und einfach mal für dich selbst überlegst, weil wir haben es in der Vergangenheit gehört, VW-Ingenieure wurden verklagt, Ex-Chefs wurden verklagt. Was da jetzt bei rumgekommen ist, weiß man auch nicht so wirklich. Wird irgendwie immer alles verlängert und das weiß ich nicht. Einer ist mal krank und so. Glaubst du Leuten vom KBA um Verkehrsministerium geht es oder Politikern geht es auch noch mal richtig an Kragen und dass denen auch noch eine Klage droht oder ähnliches? Was glaubst du? Gut, ich habe, also unser Verkehrsminister hat ja nicht nur diesen Abgasskandal sozusagen mitgetragen bislang. Also er hat den Abgasskandal nicht verantwortet, er hat den Abgasskandal nicht verantwortet, aber er ist ein Befürworter der Automobilindustrie. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Und er hat auch bei der Maut schon ganz gut angepackt und so weiter. Und die politischen Karrieren scheinen sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein Problem in der Politik ist, sondern dieses gesamte Konstrukt, in dem wir uns gerade befinden, sondern die Politik will, meinetwegen sollen sie Einfluss üben, soweit sie wollen. Ich glaube, dass die Richterschaft ein Problem hat und das bedeutet, dass man eben zunächst einmal sich fragen sollte, warum man diesen Beruf überhaupt macht. Also das ist nicht natürlich, die meisten machen ihn, weil sie eben wirklich unabhängig agieren wollen. Ich frage mich nur tatsächlich, ob das auch wirklich passiert, ob man hier nicht doch irgendwo Einfluss genommen hat oder sich Einfluss leiten lässt. Es gibt ja die Rundmail vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden an alle Präsidenten und Präsidentinnen der anderen Oberlandesgerichte in Deutschland. Alle. Und dort steht ja im Prinzip drin, dass hier eine Empfehlung, da wird ja indirekt eine Empfehlung abgegeben. Und da wird also auch auf die sogenannte Klageindustrie, wird also auch noch Bezug genommen. Und dann wird gesagt, dass eben hier damit zu rechnen ist, dass der Abgasskandal noch lange nicht vorbei ist. Das war im Zuge der Musterfeststellungsklage. Dass also, der hat sich darüber beklagt, in Anführungszeichen, dass die einzelnen Kanzleien hier die Leute aus der Musterfeststellungsklage locken mit Prozessfinanzierern und dass man dann eben also nicht erwarten könne, dass jetzt hier es bald vorbei ist. Und was er davon halte, wollte er nicht sagen, so ungefähr lautet das Zitat. Oder müsse er nicht weiter kommentieren. Das müsse er nicht weiter kommentieren. Irgendwie so hat er es geschrieben. Und das ist natürlich dann veröffentlicht worden durch einen Richter in Erfurt, der sich dann für Befangen erklärt hat und an den EuGH die Frage gestellt hat, ob er noch unabhängig ist. Und das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Das zeigt nämlich die Unabhängigkeit. Das zeigt es, da müssen wir wieder hinfinden, die Reuschlis hier in Deutschland, die müssen nicht verdammt werden von den Zeitungen, sondern die müssen gefeiert werden. Und nicht, weil der die Ergebnisse liefert, die wir Klägervertreter brauchen, sondern weil der die Fragen stellt, die wir Klägervertreter brauchen. Der stellt einfach nur Fragen. Der stellt sich als neutrales Gericht hin und stellt die Fragen, die dieser Konzern nicht hören will. Das ist das Entscheidende. Und wenn das die anderen Gerichte tun würden, es ist unausgesprochen, und ich spreche es aber immer gerne an, wenn dieses Volkswagen oder diese Industrie, diese Herstellerindustrie, so nicht existieren kann, weil dann alle insolvent gehen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil bei VW jedenfalls sind auch Steuerzahler mitbeteiligt. Aber aus meiner Sicht gibt es dann eben einfach ein neues VW. VW, ja, also es ist dann eben so, dann gibt es eben ein neues VW. Bang. Es sind genug Mittel da in diesem Land, um auch neue Industrien aufzubauen. Und Tatsache ist, um das mal so ein bisschen noch wieder in den Kreis zu schließen, hier wird nicht durchgegriffen, in keiner Weise. Ich habe die Anklageschrift, die liegt uns ja auch allen vor, gegen Rupert Stadler, also dem Vorstand von Audi. Und wenn man die liest, dann ist das so, dass es wird zwar natürlich ein ordentliches Fass aufgemacht seitens der Staatsanwaltschaft München, aber es ist dann eben doch wieder so, dass man eben sagt, beim Unterschied zwischen dem amerikanischen Markt und dem deutschen Markt, man kommt zu dem Ergebnis, dass der amerikanische Markt, auf dem amerikanischen Markt die Fahrzeuge wertlos waren, weil da sofort stillgelegt wurde. Und hier alleine deswegen nicht, weil die Typengenehmigung noch Bestand hatte oder hat. Und da muss ich zusammenzucken, weil das macht für mich keinen Sinn. Hier wird ja auch der Rückruf veranlasst und die Stilllegung angedroht. Und es kann ja nicht der Zeitpunkt der Stilllegung darüber bestimmen, ob ein Fahrzeug wertig ist oder nicht. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Und dadurch entsteht wieder der Schaden vom Stadler, in Deutschland und das ist dann natürlich nur Millionen und in den USA werden es dann halt Milliarden oder was. Keine Ahnung, müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber das heißt, es ist also hier in Deutschland nicht so schlimm, weil die Konsequenz, die ja folgerichtig ist, länger dauert als in Amerika. Genau, wenn man so will, ja. Oder eben gar nicht eintritt. Das ist ja alles so ein hypothetisches Ding hier. Es ist ja, ja gut, kann. Oder wir haben in Deutschland einfach zu gute Luft. Ja, offensichtlich. Eine andere auch. Eine andere auch. Okay, also für mich drängt sich hier der Eindruck auf, dass hier schon in diesem ganzen Konstrukt, sagen wir mal, höhere Interessen, den Interessen der eigentlich Betrogenen so ein bisschen entgegenstehen und sich diejenigen, die eigentlich als unabhängige Schiedsrichter eintreten sollten, davon vielleicht so ein bisschen beeinflussen lassen. Ob das nun jetzt die Kontrollbehörde der KWA ist oder vielleicht auch die Richter. Ja, ist natürlich ein bisschen frustrierend. Ich möchte es mal so formulieren. Es gibt auch noch zwei Ansätze, die ich diesbezüglich habe. Gut, wir müssen halt damit leben. Es ändert ja auch nichts. Man kann jetzt hier die ganze Zeit auch an der Justiz rumkritisieren. Das wird sich halt auch nicht ändern. Ich glaube, dass als Freiberufler und Selbstständiger, glaube ich, es hat auch was mit der Tatsache zu tun, dass es dort Dienstherren gibt und Behördenleitungen und was weiß ich, das Ding ist halt, dass wir im Prinzip nicht sehen können, warum die so oder so entscheiden. Aber eins ist klar, wir haben in den, ich glaube, 50er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben viele VWler geklagt, weil sie den bestellten VW-Käfer nicht gekriegt haben. Und da hat das Oberlandesgericht Zelle, ich glaube, es war Zelle, gesagt, ja, kriegt ihr auch nicht. Ihr habt zwar jetzt Geld bezahlt, aber ihr kriegt das Auto nicht, weil wenn ihr das macht, geht unsere Industrie kaputt. Und diese Intention, die dahinter steckt, die finde ich auch heute wieder. Und für mich ist das aber nicht, also das ist nicht der Rechtsanspruch. Das ist einfach so. Das ist menschlich und es ist auch in irgendeiner Weise, ist auch eine Verantwortung gegenüber dem Arbeitnehmer, in den Werken. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass diese Industrie wirklich platt gemacht werden kann, auch durch diese Klagen nicht. Weil am Ende haftet der, genauso wie bei den Banken, der Steuerzahler, wenn es so wäre. Und das Zweite ist aber auch, dass ich glaube, dass die, ja, dass das einfach eine, das ist eben nun mal eine Angst. Und wenn man das aber mal, also wirklich, wenn das wirklich so entschieden würde, wir meckern ja immer auf die Amerikaner. Und das Strafrechtssystem ist natürlich auch ein Witz. Ich habe in New York Refundayat gemacht und war auch in so Verhandlungen. Und das ist wirklich ein schlechter Scherz, wenn ein Siebenjähriger mit Fußketten reinkommt. Aber das zivilrechtliche System dort macht seinen Sinn, weil die alle Industrien, wenn die einen Fehler machen, dann müssen die richtig bluten. Und dann passiert das meistens auch nicht mehr. Und es hieß zum Beispiel am Anfang, bei Volkswagen und so weiter, dass diese Amerikaner das nur darauf gewartet hätten, um Volkswagen platt zu machen im eigenen Land. Aber wenn man halt in die Historie guckt, dann sieht man, dass die das auch schon mit den eigenen Herstellern gemacht haben, mit den Automobilherstellern auch. Also, und ich glaube wirklich daran, ich bin wirklich überzeugt davon, dass nur bei einer hier starken Justiz auch Rechtsfrieden möglich ist. Weil sowas soll ja nie wieder passieren. Und wir haben sogar in diesem Abgasskandal mit den Nachfolgemotoren und mit anderen Motoren schon bewiesen, dass es wieder passiert. Es ist also nicht der Effekt erzielt worden, für die die Justiz eigentlich da ist. Und das ist das, was mich umtreibt. Dass das eben nie wieder passiert. Wer will das auch haben, ehrlich gesagt? Ich meine, wenn diese Autos anstatt, wir sehen ja leider nichts, aber wenn das eine blaue Wolke wäre, wenn es irgendwann einfach zu hohe Emissionen sind, und dann kommen blaue Wolken, dann wäre es vorbei. Dann gibt es keine Rechtfertigung mehr mit Thermofenstern. Weil dann sehen wir ja die blauen Wolken. So einfach ist das dann. Aber ich glaube, wir von ganzem Rechtsanwetter sowieso, und da wirst du wahrscheinlich zustimmen, geben deshalb selbstverständlich nicht auf, sondern wir sagen jetzt erst recht und wir müssen da einfach weitermachen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und das raten wir auch allen Zuhörern. Insofern lasst euch nicht vom Klagen abhalten und von eurem Recht abhalten. Das ist ja hier das Entscheidende. Ich würde, um das Ganze hier noch ein bisschen, oder um noch mal auszunutzen, dass wir hier einen waschechten, sagen wir mal, Prozessanwalt da haben, wollte ich dich noch mal fragen, ob du irgendwie eine lustige, spannende oder vielleicht auch traurige Anekdote direkt aus dem Gerichtssaal für uns mitgebracht hast vielleicht, oder dir eine jetzt spontan einfällt. Aus dem Abgasskandal? Von mir aus, also es würde natürlich jetzt zum Thema passen, aber verschwinden. Traurig, beim Abgasskandal ist ja jeder Verlust einer klar. Nein, also witzig war einerseits die Geschichte, also es ist so, der juristische Beruf ist ja nun mal ein sehr konservativer Beruf eigentlich und es wird sehr auf Formal geachtet. Ertragen Roben, in meiner, als ich Referendar war, ich habe ein Kassel-Referendariat gemacht, da hat mich ein auch befreundeter Richter irgendwann mal, da bin ich irgendwie zur Verhandlung gehetzt und hatte keine Krawatte an. Da hat er gesagt, weil er mich kannte und weil er mein Ausbilder war, hat er das dann nach der Verhandlung aber noch im Sitzungssaal zu mir gesagt, mit der Staatsanwaltschaft dahinter, also bei einem anderen Richter hätten sie jetzt hier Probleme. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, seit 2015 bin ich wieder in Berlin, ich bin hier aufgewachsen und dann bin ich das erste Mal ins Amtsgericht Mitte gelatscht, wegen irgendwas, wegen irgendeiner Ovi oder irgendwas, nee, Ovi nicht, sondern Verkehrsunfall. Ovis sind ja Tiergarten, das ist auch noch eine Nummer. Und dann musste ich erstmal dann mit mich zurechtfinden, dass man hier überhaupt keine Roben trägt im Amtsgericht. Und das ist natürlich jetzt, und jetzt schließt sich der Kreis konservativ, das wird da aufgehebelt aus meiner Sicht, tut aber diesen, also tut aber den Prozess eigentlich ganz gut, wenn man das ein bisschen konservativer lässt, aus meiner Sicht, weil es ist halt ein altes Ding, Recht. Und in dem Zusammenhang ist es so, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Jahr 2019, habe ich mal gezählt, wie viele Termine ich gemacht habe. Das waren 70 in ganz Deutschland. Und ich habe nur in einem einzigen Gericht bislang erlebt, dass man dort kurz stand, als die Verhandlungen losging. Da war erstmal die gesamte Kammer da vom Landgericht, Landau in der Pfalz, an der Pfalz oder in der Pfalz. Und dort stand das Gericht, zusammengesetzt aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Und dann meine Mandantin war da und eben die Gegenseite auch durch den Terminsvertreter. Und dann stand man dort, es wurde aufgestanden, offiziell, normalerweise steht man ja nur auf, wenn der Richter reinkommt. Und dann sagt er oder sie, sagt er meistens, setzen sich doch. Und da war das eben nicht so, sondern es wurde erstmal aufgestanden. Und das war so überraschend, obwohl es eigentlich normal ist. Und das zeigt mir, das war ein witziger Moment, ich musste dann halt innerlich schmunzeln. Anderer Punkt, das war jetzt auch kürzlich erst, da habe ich meine erste Video oder zweite Videoverhandlung gehabt im Oberlandesgericht Frankfurt, der Senat in Darmstadt. Und dann sitzen da ja auch drei Richter. Also es sitzen auch manchmal noch drei Richter da, auch im Afganskandal. Finde ich auch schon ein Witz, dass das jetzt immer nur noch einer ist. Und dann ging aber die Kamera nicht. Also ich habe die ganze Zeit mit dreien gesprochen, aber nur einen gesehen. Und das sind dann so, ich musste nicht lachen wegen dieser Situation, sondern ich musste dann lachen, weil hier im Kammergericht geht es ja auch immer noch nicht richtig alles und irgendwie mit diesem Hackerangriff. Und die Justiz verdient ja auch durch den Afganskandal Unsummen. Das müssen wir uns ja auch mal sagen. Also der deutsche Staat kann ja für seine Justiz im Moment sehr viel Geld ausgeben eigentlich. Und der schafft es nicht, die Gerichte auf eine Linie zu bringen, was das angeht. Und das finde ich merkwürdig, ehrlich gesagt. Die müssen doch alle schon hochtechnisiert sein eigentlich. Es gibt ja auch noch Gerichte, die nicht mal einen Videoraum haben oder so. Naja, solange die Richter Hosen an hatten, ist ja schon mal die halbe Bitte. Kann ich beurteilen. Und das in Berlin ist schon. Apropos Hose an. Sina, ich würde jetzt mal zu dir. Sehr gut, sehr gut für Überleitung. Und zwar mit der Kategorie, die da folgendermaßen lautet. Sina, leg los. Lieber Thorsten, ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Und zwar habe ich mich ein bisschen im Internet umgeschaut und habe einfach mal geguckt, was da für Autos angeboten werden. Und ich würde gerne von dir erfahren wollen, was du denkst, wie teuer dieses Fahrzeug war oder angeboten worden ist auf Ebay. Soll der für dich als Fachanwalt für Verkehrsrecht ein leichtes sein. Ein leichtes. Und ich werde einfach nur mal ganz kurz vorlesen, was denn drin stand. So, ich fange mal an. Opel Tigra. Es handelt sich um Opel Tigra. 17 Jahre alt. 183.000 Kilometer auf dem Buckel. Und ich sage mal ganz kurz, was er geschrieben hat. Liebe Schnäppchensucher, schweren Herzens muss ich meinen heiß und innig geliebten Opel Tigra verkaufen. Da mein holdes Weib, ich distanziere mich von diesem Begriff, vor zwei Monaten mit einem positiven Schwangerschaftstest nach Hause kam. Sie legte mir den Test wortlos, aber lächelnd vor. Bei meiner ersten Frage, von wem der Tester, verdrehte sie die Augen. Auf meine zweite Frage, wer der Vater sei, verdrehte sie nun gleichzeitig Augen und Kopf. Kurzum, der Tigra muss weg, weil es wohl zu anstrengend sei, das Baby jedes Mal vor der Fahrt auf die Rückbank zu setzen bei nur drei Türen. Der Wagen stottert beim Anfahren, nach dem Start, aber nur bis er warm wird, dann hört das auf. Im Innenraum haben die Ledersätze natürlich Abnutzungserscheinungen. Das hat er auch erklärt, warum, aber darauf möchte ich nicht näher eingehen. Wir sind ein professioneller Podcast. Und da würde ich doch einfach mal fragen, was denkst du, für wie viel Geld wurde das Ding verkauft? Der Opel Tigra, 17 Jahre alt. Vermutlich für deutlich mehr, aber ich würde ihn für, also 3000 Euro. Ja, ich habe noch mal recherchiert, welcher Preis geboten worden ist. Belief sich am Ende auf 55.750 Euro. Was? 55.000 Euro? 55.750 Euro. Warum hatte der irgendwie einen Sammlerwert oder so? Naja, wahrscheinlich hat der Text so gut gefallen. Also der Text, der geht ja über 20 Seiten, das wollte ich euch aber erst mal sparen. Ob der Verkauf wirklich so abgewickelt worden ist, weiß man nicht, aber das gibt das Internet her. Dann weiß ich ja, wie ich mein nächstes Auto verkaufe. Ja, muss ich auch sagen. Also gute Idee eigentlich. Mal ein paar Geschichten erzählen. Absolut. Wollen wir noch einen machen? Haben wir die Zeit? Machen wir noch einen. Gut, dann haben wir einmal hier ein Audi A4 2.0 TDI, Quattro S-Line, fünf Jahre alt, 50.000 Kilometer auf dem Tacho. Da steht drin, ihr könnt den Hobel bedenkenlos kaufen, da bereits in den letzten 50.000 Kilometern so ziemlich alles kaputt war, was kaputt gehen kann. Radlager hinten, Ausgleichsbehälter, Turbolader, Lamber, Lamber, da Sonde und die AdBlue-Förderpumpe und sämtlich anderer kranker Shit, ich distanziere mich auch hier, den ich hier nicht aufzählen möchte, da ich sonst weinen muss. Der Pflegezustand soweit ist auch ganz gut. Er wurde immer regelmäßig gewaschen, damit er auf der Hebebühne wenigstens schön glänzt. Momentan muckse ich den Dreckseimer noch einen neuen Wärmetauscher auf, da dieser meinte, er könnte mal nach fünf Jahren platzen. Danach ist er aber mängelfrei, jedoch kann ich nichts versprechen. Auf Wunsch führe ich ihn gerne vor Verkauf noch einem Priester vor zur Vertreibung der Dämonen. Wie teuer ist das Teil? Sieht übrigens schön aus, aber ja, was wird er? Fünf Jahre alt. Fünf Jahre alt. Heute, von heute an, oder? Ja, ne, ja, fünf Jahre stand so drin in der Anzahl. Also erstmal ist es vom Abgasskandal betroffen, das Auto. Erstmal das. Erstmal gar nichts dafür ausgeht. Erstmal, stimmt. Aber, ähm, tja, was werden die bezahlt haben am Ende? 20.000? 12.300 Euro. Dabei wurde er so gut angepriesen. Ja. So schön. Sina, wir sind schon weit in der Zeit, deswegen würde ich dich jetzt mal unterbrechen. Ich weiß, du hast noch sieben Spiele mitgebracht. Bevor wir das aber hier beenden, packen wir noch zwei Songs auf unsere Spotify-Playlist, die wir in der letzten Folge eingeführt haben. Die Playlist heißt All You Need Is Law und an Volkswagen gerichtet, füge ich das Lied Quit Playing Games von den Backstreet Boys hinzu. VW Quit Playing Games mit den DieselfahrerInnen. Und für alle Geschädigten gibt es Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin, denn wir sind für euch da. Also, don't worry. Und, ähm, ja, liked auf jeden Fall diese Spotify-Playlist. Ähm, das soll es aber für heute gewesen sein. Danke, Thorsten, für die, ähm, aufmunternden Worte. Geht ja auch für mich. Absolut. Ähm, danke, Sina. Ähm, ja, also mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ähm, wir machen weiter im Abgas-Skandal. Lasst euch nicht, äh, lasst euch nicht beunruhigen. Macht, äh, geht zu Thorsten oder kommt zu uns, macht den Online-Check. Ähm, willst du noch kurz deine Webseite vielleicht einmal anpreisen? Ja, gut, äh, die Webseite ist, äh, www.schutte, also mein Nachname, Punkt Legal Legal. Das war's, kein DE dahinter. Das ist so eine Neuerung. Ah. Ja. Ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Aber wie gesagt, ähm, egal wie, Hauptsache, ihr setzt euer Recht durch, äh, und, äh, lasst die, äh, lasst die bösen Volkswagen und, äh, Mercedes und wie sie alle heißen nicht davon kommen. Äh, in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und, äh, macht's gut, ähm, ja, abonniert den Podcast und Tschaui! Tschüss! Alles, was recht ist, der Rechts-Podcast von ganz gerechter Welt.